Eine tolle Überraschung haben wir heute wieder in unserem kleinen Weihnachtssackerl versteckt. Nämlich, was ganz praktisch ist, eine Hufraspe in Profi-Qualität natürlich. Gibt es nur Profi-Qualität bei mir. Gut verpackt, schlüpfe ich die aus. Extra, extra scharf. Von Dick, deutsche Qualität. Und wahlweise kannst du dir aussuchen, entweder ein beidseitiges Messer oder zwei lange Messer, also entweder rechtes, linkes, langes Messer oder ein beidseitiges Messer. Je nachdem, was du für dich persönlich als praktischer empfindest. Und dann auch noch, total witzig, hat mir eine Kundin gebastelt. Schaut mal, wie nett das ist. Das ist ein Steinchen-Pick. Damit, wenn dein Pferd Steine in der weißen Linie zum Beispiel hätte oder irgendwie ein Stein sich mal festgesetzt hat beim Hufstrahl, dann kannst du das ganz unkompliziert mit diesem Kleinchen Pick rausholen und schon so sowohl deinen neuen Messer als auch deine tolle, extra scharfe Raspel von Dick. Also es ist alles Dick-Produkte und das ist Sascha Original Pick. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Und gewinnen kannst du dieses Komplett-Bar-Huf-Set auf meinem YouTube-Kanal youtube.com-sandrafenzel1001 und zwar ausschließlich dort. Deswegen müsstest du unbedingt eben im YouTube-Kanal einen Kommentar hinterlassen, warum genau du dieses Hufbearbeitungsset so gut gebrauchen kannst. Übrigens, ich habe auch für nächstes Jahr wieder einen Hufe-Kurs geplant. Die sind ja immer wahnsinnig beliebt und wahnsinnig schnell voll. Der findet statt vom 29. bis 31. März, also relativ bald schon. Und zwar in Stephans, Porschingen oder so will ich irgendwie. Bei Deggendorf ist es. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Teilnahme vom heutigen Gewinnspiel. Bis morgen, deine Sandra.